Ach, Entschuldigung. Hallo Twitch, ich bin wieder zurück. Und weiter geht's. Die Axt nehmen wir mal lieber in die Hand. Ich hab keine Ahnung. Da war noch Tür. Ach stimmt, der Service hat ja neu gestartet. 30, 30. Okay. Da weiß ich, wo wir rauskommen. Oh, wir haben eine Karte. So. Wo sind wir? Ah, da unten sind wir. Alles Klärchen. Ich würde mal sagen, wie man da hoch zum Hafen macht. Ja. Dann müssten wir, warte mal. Hier lang. Da lang. Da lang. Da hoch. Wollen wir denn überhaupt essen und trinken? Hier sind die Bauen schienen. Äh, wir haben hier essen, trinken, aber so eine Flasche mit, äh, Wasser haben wir nicht hier für... Da, 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 da. Da, 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 da. Die sind raus aus der Stadt. Papa. So, wir müssen... Da lang. Nur da lang oder da lang? Guck mal auf deinem Weg. Ich hab keine Karte. Du siehst das einzige Spiel, was keine Karte hat. Na komm, dann pack mal... Mal weg. Na komm, dann pack mal... Mal weg. Ja, auf... Ja, auf... Ich meine ja hier. Nein, nicht an mehr. Ja, hier. Hier meine ich das. Junge, äh, es kommen keine Autos mehr, also da kann ich laufen, wo ich will. Du bist ein Auto, wenn du auf der Straße leist. Toll, ein schwaches Auto. Ja, aber... Gibt's da... Ach ja, warte mal. Wir wollten ja mal gucken. Ich bin der einzige, wunderbar. Wieder weg hier. Ich hab jetzt mal einen Server ausgesucht, äh, wo keine Spieler drauf sind, zur Zeit. Hm. Damit ich hier... Ich erstmal zurechtfinden kann. Willst du oder Bahn ziehen? Hm. Wir gehen da nicht rennen. Ne. Was sind das da hinten überhaupt? Ne. Ich bin weiter höher. Also hier, hier... Hier, hier gibt's noch Gegner, wa? Aber... Ja, die normalen Zombie-Gegner. Na ja, die kann man nicht mehr als normal bezeichnen. Das sind Springensfelder. Oh, Mann. Hm. Äh, ver... Es leben noch welche, wa? Also... Also Überlebende gibt's hier nicht auf dem Server erstmal. Äh? Vorhundert sich keine Ecke. Aber wenn wir nicht bald ne Plastikflasche mit Wasser finden, dann ist auch, ähm... Ende im Schacht. Weil das geht so schnell, dass man dann... Verrecken tut. Hier? Tun wir jetzt was ganz, ganz... Schlimmes. Jetzt? Was darfst du hier? Trinken? Wir müssen mal trinken. Dann griff dich. Was? Ja? Das kann man nicht voraussagen. So. Komm. Komm. Wenn wir irgendwas kriegen, wird dann angezeigt. Boah, keine Angst haben. Ja. Es ist wenigstens mal komplett voll jetzt erstmal. Trinkflasche da neben mir. Da. Was ist meine Trinkflasche? Papa? Ja, hier. Ja, hier. Junge. Das ist Lernstraße. Da stand doch irgendwas gerade mit vier Kilometer. Nächste Ort, oder? Äh, wo die nächste Ecke, Papa? Äh, kommt die bald, wo? Die Karte ist groß. Ach so, ganz schön groß, oder? Oh. Hier haben wir keine Ecke. Warum? Warum? Warum müssen wir rum? Da drüben sind die Bahnen schienen. Willst du kommentieren? Hm. Ja, pass auf. Was denn? Ich fahre vom Straße runter. Mein Gott, ich dachte, da läuft ein Zombie-Junge. Nee. Ich sah schon, da ein Zombie läuft. Was ist das denn da? Was sind aus wie Zelte? In der Hand nehmen bitte, danke. Weil's da Zombies sind. Ach, das ist ja... Ach so, vom Zug, meine Fresse. Jetzt gehst du wieder auf die Straße. Hä, Papa? Oh, mein Gott. Papa, hieß eine Ecke. Du Strasse. Ja, das ist doch mal. Oh, wir haben Hunger. Wir haben verdammt nochmal Hunger. Wir müssen es kombinieren. Na komm, wir nehmen mal die Sardinchen. Halt, raus da. Öffnen. Mach doch nicht. Das macht sie nicht. Muss das immer aufhängen, sehe ich. Hä? Hä? Was hab ich denn hier fübschen? Warum hast du das? Oh. Aber ist das eigentlich unsere Ecke hier? Gott, ich kann nicht essen. Ich hasse das Game. So. Können wir jetzt mal irgendwie dieses, äh, äh, wunderschöne Tutsche Dose essen können wir nicht. Warum machst du das nicht? Ah. Oh, ja. Du musst aber essen morgen. So. Leer. Und der Hunger ist ein bisschen gestillt. Jetzt müssen wir natürlich, äh, essen finden. In der nächsten Stadt, dann wollen wir mal schnell. Laufen. Oh, da vorne ist schon was. Da sehe ich Häuser. So, kleiner. Du nimmst mal das in der Hand. Nein. Wieder geht da nicht mal in der Hocke, Junge. Ah, wir haben Bahngleis. Aber, also Bahnschiegel. Haben wir hier. Da ist nicht die Hütte. 50, darf man nur fahren. Hm. Ist ja fast so wie Deutschland. Ist in Deutschland. Spielt aber in Russland. Dieses schöne, wunderschöne Spiel hier. Mal gesagt, wenn, äh, Interesse besteht, werde ich einen, Server mieten und dann, können wir uns schön gepflegt auf die Fresse geben. Gibt Essen. Ich will auch einen Huhn ist mir egal. Wir sind an der Küste, nicht in den Bergen. Ich bräuchte meine Schrotflinte. Eine Schrotze auf gut Deutsch. Aber die sind in den Schranken kaputt, wa? Wenn kein Zug fährt, dann... Es kann ja auch kein Zug mehr fahren, wa? Weil die stark kaputt ist, oder? Es sind keine Menschen mehr da, die fahren können. Oder meinst du, setzt sich ein Zombie in den Zug drin und fährt? Das werden wir neu. Ja, dreh nicht gleich durch, PC. Meine Güte, das war ein Witz. So, man kann ihn mir jetzt hier auch anbauen, Johnny. Hier? Eine Säge. Eine Handsäge. Hm. Guck mal, da ist eine Tür. Na raus. Die Tür ist ja offen, ist ja allgemein. Kannst du die auch schließen, die Tür? Essen. Ich brauche Essen, Johnny. Essen. Ich nehme auch jede Scheiß-Dose hier. Was ist das? Pistole? Brauche ich da ja auch nicht, Mann. Da oben ist noch. Da hat keine Munition. Was ist das denn? Kompass. Na, den den nehmen wir. Mach auf. Was ist da noch? Hast du irgendwas drinne? Nein, hast du nicht. Das ist auch noch eine Tür, Papa. Da wohne noch nie. Wir sind gerade rüber. So. Da ist wo. Na. Ja, der Raum. Da. Da wollen wir doch schon drinnen. Die ist doch zu hier. Ach so. Und du siehst sie schlecht. Was war ich denn da? Mach die Pistole erstmal liegen. Scheiß drauf. So. Warte. Ach. Man kann jetzt auch Bäume fällen. Ah, das macht Krach. Hm. Hm. Eigentlich sollte man nicht auf der Straße laufen, aber... Komm kein Zombie. Ähm. Warum sollte man das hier noch öffnen, wenn hier... Hm. Okay. Offen ist. Die an die Siemacher. Hm. Wie ist das andere Haus? Die Tür muss man öffnen, hier. Kleiner Rucksack. Hast du was drinnen um einen kleinen Rucksack? Nein, hast du nicht. Das ist auch noch eine. Da oben ist irgendwas. So, da Munition. Mein Gott. Haben wir nicht irgendwann mal Munition für das Ding, was ich hinten tropfe, aber... ist doch nicht mehr normal. Ich dachte, da liegt was. Also ein kurzes Haus war es aber? Nee. Ein kurzes Haus. Abgeschnitten oder was bei dir? Stimmt. Aber... Das war das große Haus. Das war das große Haus. Und dieses Haus war es immer nicht hier drin, oder? Ja. Warum hakt das immer so? Mann. Kommen hier böse Jungs. Die ist ab. Nee, offen. Kannst du die Tür mal zumachen da? Aber wieso? Muss ja... Das sieht doch aus. Oh, 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 oh. Jogginghose. Die hat 20. Dienste Hose. Auch 20. Es ist jetzt alle Ausgangsturen schließen. Aua. Warum? Hast du Schiss? Hm, dass ne... Dass ne Zombies renn kommen. Aber. Aber schließen? Warum denn? Das ist doch eh keiner drinnen. Ah, doch. Oh, 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 oh. Die führst raus. Die hast du kaputt gemacht. Nee. Also, also... Also, komm komm, hier laufen hier noch Zombies rum, ne? Das hab ich dir vorhin gesagt, Junge. Hm. Und hör auf zu... hör auf zu immer so schlucken, Mann. Immer, da ist noch ein Haus. Da drüben. Wollen wir mal was zu trinken, Papa? Wollen wir mal was zu trinken, Papa? Hör auf zu... so zu schlucken, Mann. Das nervt. Musst ja hören, wenn die Zombies kommen und du... Ich dachte schon, da bewegt sich einer. So. So. Dann ist auch noch mal der Fluss. Ein Stück Fluss. Ein Fluss. Ein Fluss. Ich will nicht ein Baum fallen. Macht krach, ihr Knops. Ein T-Shirt. Toll. Was? Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Wasser. Mache. Umgebung, Munition. Was ist das für Munition? 308 Wind-Munition mitnehmen. Was ist das? Was muss das T-Shirt sein? Makellos. Okay. Na, dann nehmen wir mal die Stoppketzen. Wunderbar, falls wir mal ein bisschen auf die Klappe kriegen. Und da war noch ne Tür. Und da war noch ne Tür. Was siehst du da Tür? Da hier. Ja. Und was ist da dran? Schloss. Da kommt noch kein Zombie, Baba. Na ja, die wirst du noch früh genug sehen, Junge. Vor allem, wenn wir jetzt in, äh, in die Stadt reingehen. Das hier ist ja nur außen geblänkelt. Nächste Stadt. Und vier Kilometer. Wollen wir die Stadt jetzt unter die Lupe nehmen oder weiterziehen? Und unter die Lupe nehmen. Ich möchte die Gegner von der Stadt noch abhaben. Verstehst du? Ja, das bringt mir ja nichts, wenn ich ihn töte. Das bringt mir keinen Erfahrungspunkt oder sonst irgendwas. Nur Stress. Zwei Gleisen. Da ist der Zug. Können wir überhaupt in den Zug rein? Nein. Hier ist die Tür. Ist nichts drin. Ist doch langsam ein Witz hier. Was hast du denn da? Ein Hemd. Hast du irgendwas anderes noch dabei liegen? Nein, hast du nicht. Also Tür zu. Da war noch ein Haus. War da noch. Das hier. Das ist die Tür. Das drin. Jo. Da, da. Ich bräuchte mal Munition für die Scheißwaffe, was ich hinten drauf habe. Mein Gott, ist das so schwer, Leute. Was ist das? Hör mal auf, bitte. Papa. Nein. Da ist noch eine Tür. Polizeijacke. Die kann man mitnehmen. Mullbinde. Ah, Polizeijacke ist weniger. Warte, ich wollte doch hinzu können. Jetzt sag nicht, man kann da jetzt rein. Na. Die kann nicht rein, doch. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ist das? Reparaturset. Ich muss ja bitte schön Strom herkriegen hier. Pfeifen. Kleiner Rucksack. Ah, was zu essen. Gebackene Bohnen in der Dose. Oh, ja. Hahahaha. Habe ich doch noch recht gehabt, dass wir in die Stadt rein gehen. Ah, nee. Der Rucksack ist doch größer als in meiner. Ja. Oder? 42. Schulranzen hat 30. Ja, war klar. Du trafst den Schulranzen, Papa? Nein, nicht hier. Vielleicht meinen die auch nur. Ja, wir müssen den erstmal ablegen, den Ehen. Ja, wir müssen den erstmal ablegen, den Ehen. Da ist hier Munition drin, du blöde. Alter, was ist denn? Du sollst die Axt nicht werfen, du blöd Mann. Was ist denn da für eine Brune? Alte. Lüft dir einfach die Axt, ey. Spitt die. Ah, nein. Nicht schon mal dieselbe Waffe. Ihr wollt mich doch verarschen. Dann schließt die Tür. Die ist auch noch. Ich brauche eine Schrotze. Da habe ich genug Munition. Ja, Nops. Meine Güte. Aber nie kriegt man das, was man will. Ah, da sind gleich zwei Arten. Neue Schuhe. Hau bei der Schuhe. Dann war's. Ne, hier sind noch länger. Auch der Güterzüge ist langbar. Ja. Es gibt lange Güterzüge. Eine Polizeistation ist ja nicht schlecht. Ob das hier in den Dorfen eine Polizeistation gibt, weiß ich nicht. Was ist das denn? Da steht eine Lampe mal einfach mal so rum. Die kann man mitnehmen. Wer hätte doch für eine Birne. Eine Lampe mitnehmen. Jetzt wo? Wo kriege ich Strom her für die Lampe? Aus dem Popo. Was? Da war noch eine Tür gewesen. Wo? Hier. Wo? Die steht nur am Fenster, Junge. Ist rausgerissen, was? Oh Mann, ey, wo sind die Zombies? Haben sie die weggemacht? Haben die keine Lust heute? Die Zombies. Was? 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 Hm. Guter Zug ist Rente. Aber da war noch was. Ein Ding, wo du drauf reingehen kannst. Die ist offen. Da kommst du raus. Weil du raus von der Stadt. Halt, Moment mal. Die war mal. Die war mal. Die war mal, Papa. So. War hier ein Zombie? Papa? Na, sag mal, sind die Zombies unsichtbar oder was? Guck da richtig hin. Die war ein Zombie, wa? Ach. Ach. Ah, warte mal. Tu es raus. Da liegt ne Tür. Die kann man ja mitnehmen. Vom Auto. Arbeitshandschuhe. Na ja, hier. Zieh an. Danke. Dann rutscht wenigstens die, äh, die, äh, Axt nicht mehr ab. Alter, die haben hier bestimmt keine Polizeistation, oder? Nö. Ist doch doof. Ich will ne Schrotze haben. Vor allen Dingen, wo sind die Zombies? Habt ihr die alle aufgehessen? Ah, Kumpel. Ist da ein Zombie da hinten? Kumpel. Ich geh mal kurz hier rein. Hier ist noch ein Krö... Ey, jetzt leck mich doch langsam am Arsch. Achtzig Plätze. Na, danke. So. Man merkt, der geht in sein Job auf. Bauarbeiter bis zum Schluss. Ein Zombie. Geh. Ich muss geh ne Tür. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Oohhdrop Computer. Alter! Schlampe. Schlampe. Der dümpelt da hinten rum. Der Zombie. Der Zombie. Mama zu hier zieht. Da zu. Da zu. Hier ist noch mal ein kleiner Rucksack. Ist da irgendwas drin? Oh. Servus. Zombie. Hier oben einer. Zufällig eingesperrt worden. Oder stehen sie schon draußen? Schlange. Da ist noch eine Dose Essen drin, Johnny. Den Rucksack. Den hier unten. Die greifen wir uns natürlich. Ist das eine ganze Schlange? Weiß ich doch nicht. Das sind die makellosen. Ja. Die anderen. Auch makellos. Dosen Spaghetti. Zeig mal. Zeig mal. Die beiden Türen hier. Ne. Was ist denn? Da ist noch mal eins. Da könnte einer kommen. Zwei. Und da ist noch mal zwei. Die andere Tür. Da ist immer rein. Was schreit hier? Hey Kumpel. Das war ein Axtschlag in die Fresse. Aber ich mach mal schnell. Was denn? Zu dir hinten. Pfff. Soja. Ich kann ja rauskommen. Ich glaub, dass mir noch keiner ist. So was. Geh raus. Schön raus aus dem Stand. Erst wolltest du, dass ich rin gehe und jetzt soll ich wieder rausgehen oder was? Ja, weil jetzt Zombies kommen. Na und? Das gehört dazu. Papa, kannst du dir die andere Stadt suchen? Da kannst du ja so wieder fragen. Guck mal hier rein. Hier. Ja, ja, ja. Oh, da seht du das. Waren die hier? Probe. Guck mal hier. Äh, die Tür steht offen. Könnte sein, dass wir hier schon waren. Ja. Nein? Waren wir nicht. Reis. Zum Essen. Hahaha. Essen. Es gibt wieder schönes Essen. Mama. Du willst auch die Tür zu ihm machen? Es muss ein Haus sein mit einem Turm oben drauf. Das ist die Polizeistation. Kann mir nicht vorstellen, dass äh... von hier? Der Ort keine Polizeistation hat. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Wo ist die Polizeistation? Was ist das? Was ist das? Tablettenfalls wollen wir mal... geschädigt werden. Was ist denn du da? Steilhölzer. Mitnehmen. Da, da, damit wir hier... die Zombies anbrennen können, wa? Nee, damit man Feuer machen könnte in der Nacht. Dass wir nicht erfrieren. Was ist denn davon? Da war gerade eine Hand, Papa. Da ist eine Hand. Nee. Junge, äh, sag mal. Das ist nicht Borderlands, dass hier plötzlich riesige, riesige Hände kommen, ja? Da war noch eine zure Tür, Papa. Bauarbeiterhelm. Witzig. Da ist nix drinne. Da ist ne Tür. Was ist das? Dreisteriges Saalenschluss, naja. Sollen wir jetzt die Zombies irgendwo festketten, oder wat? Ich hab' ja vielleicht Vorstellungen... Ich hab' ja vielleicht Vorstellungen... So, dann gehen wir mal da... Aber von hinten... Von hinten können auch die Zombies kommen. Werkel! Echt? Ja. Mein ja nur. Okay, hier kann man nicht durch. Okay, muss man doch da lang. Danke. So, Stadt. Ahoi. Hm? Die andere? Die Stadt ist da. Da kann man ja auch nicht drin. Oder? Irgendwie ein Eingang, oder so? Ein Schuppen? Hm. Kaputt. 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 Das Auto? Wo? Das ist alles schon Jahre her, Johnny. Hm? Aber hier ist ne Tür. Das ist auch noch eine. Ah, da geh's jetzt noch nicht. Das war regelt. Das war regelt. Das war regelt. Das war noch eine. Da. Hm. Scheint ne größere Stadt zu sein. Da ist nix dabei. Hm. Ah, da geht wieder raus. Ah, okay. Genau da lang. Da rüber. Da. Nein, da rüber. Hey, nicht so laut. Ich muss hören, ob hier Zombies kommen, Mann. Hör auf jetzt. Sonnenbrille. Na, dann nehmen wir einer mit. Ja. Boah, was hackt denn hier so? Die ist verriegelt. Ja, woher hat er? Nein, wollen wir nicht. Wenn die da verriegelt war, waren wir hier noch nicht. Weil in dem anderen Haus habe ich die ja aufgemacht, damit der Zombie kommen konnte. In dem anderen Haus lag hier ein Rucksack. Und keine Jacke. So. Was ist das hier? Trainingsjacke. Die also die 4. Hm. Das ist ja die. Nein, nicht spring. Du sollst ja öffnen. Ja, nicht so dumm. Ja, du kannst mal die Tür offen lassen. Und da welche? Oh, eine Lagerhalle ist so doof. Da brauchen wir ja nicht gucken. Da ist die eine. Das ist auch noch eine. Ja. In der Küche nicht zu fressen. Echt mal. Was macht das jetzt gerade? Zombie. Äh, wir gehen nicht mehr mal raus. Was? Können wir noch... Das ist ein Huhn. Hat doch die Schnauze, du dummes Huhn. Das ist fließen. Oh. Was? Wieso ist das hier zu genagelt? Würde mich verarschen. Hier oben. Auch zu. Hier könnte man mal gucken. Wie ist das? Da könnten... Da könnten... Da könnten... Äh... Zombies rumlaufen. Ja. Können wir mal ganz runter? Da waren wir da schon. Da waren sie runter im Keller. Nee, Keller gibt's nicht. Da geht's nur raus. Auf dem Hof. Da will ich ja jetzt nicht hin. Ich wäre ja die Hauptstraße weiter. Hier lang ist die Hauptstraße da. Was denn los? Bist du nervös, Kumpel? Halt die Fresse! Dummes Huhn! Das hab ich schon mal gesagt. Das hab ich schon mal gesagt. Halt die Fresse! Ich hab dir gleich nen Kopf ab. Du blödes Fiech. Du blödes Fiech. Ein Zugkose. Oh ja! Schrei noch mehr! Oh nee. Ausgangst du. Zu. Hm. Da ist das Geschäft. Noch mal ein Rucksack. Da ist nix drin. Du willst die ganze Nachbarschaft zusammenschreien? Du dem wie es fiech? Alter, du merkst schon, dass keiner mehr reagieren tut, oder? Hier ist die Tür. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Ist das? Ach nee. Schon wieder Munition für die Schrotze? Und ich hab keine Schrotze in meiner Fresse, das gibt's doch nicht. Das ist nur für eine. Ich wollte mich heute quälen. Da war auch nur eine. Na ja, das ist nur Fenster. Hm. Da wohnt man? Da wollen wir ja drinnen. Das Ausgang! Also, wann ist denn das in der Stadt? Sind in der Stadt keine Zombies? Aber was ist denn hier los? Woher nicht hatten wir Zombies? Ja, aber ne Stadt ist doch meistens in der Stadt. mehr die stadt kann man nicht so menschen wie wir sind ein besucher mein gott hat die radios ein schlag in die fresse in die verdung muss nur für sich los Was? Da kann man, brauchen wir nicht. Da ist keine Türe drin, oder? Ja. Da geht's raus. Ah. Das ist doch mal ein kleines Zimmer. Hat der mich verarschen? Ja, der kommt noch. Trotzdem kleines Zimmer. Oh, hier sind alle wieder vorliegen, Scheiße. Aber, guck dir das mal an, ein kleiner Tisch. Noch ein Tisch, einen Stuhl und einen Schrank. Diese Zuder kann man ja nicht gucken. Junge. Zweiter runter. Bitte ganz runter, mal gucken, ob es einen Keller gibt. Papa. Halbschuhe. Papa, können wir bitte mal gucken, ob es einen Keller gibt? Wo soll ich hier einen Keller geben, Junge? Wo? Ach so, da ist man. Ist verriegert. Aber noch eine. Da geht's, wo es raus, habe ich schon mal gesagt. So. Kann sein, du wirst doch mal ein paar Meter da schaffen. Hier muss eine Feuerwehrstation mit Waffen. Also so ist es nicht. So brauchen wir doch. Oder? Nein. Okay. Bomberjacke, 30. Aber können wir auch mal da lang? Da, da, hinten. Da, hinten. Okay, so muss raus. Weiter. Und tschüss. So. Kann ich noch nicht mal öffnen. Was? 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 Was ist los hier? Wie wiegt dein Arsch her? Da vorne? Tür. Oh mein Gott. Oh, Treppe. Ach so. Das Haus hängt zusammen mit dem anderen Haus. Ach so. Warum sag das nicht gleich ja noch? Kannst du bitte die Treppe hoch machen? Da waren wir schon drinnen, Johnny. Ach so. Und hier? Hier geht's hinten raus. Haben wir hier irgendwas? Handzuckjacke. Aber ist die Tür hier verbiegelt? Ja. Die andere? Die 2. Da geht's raus. Habe ich dir gerade gesagt ja, dass es da rausgeht? Und außerdem wird es jetzt noch langsam. Motorradhelm, nein. Und im Dunkeln kannst du absolut nicht laufen. Das tut zu. Hier ist noch nie gut. Da haben wir ja ein Fenster. Ein Haus. Bauzombies hatten wir ja. Kinder, hier waren wir weiter. Ah, Feuerwehrwache. Sie ist gerade da. Wisse. Das Haus für den Turm da. Ja, da gehen wir mal hin. Ja, da gehen wir mal hin. Nein, Papa. Die ist verriegelt. Was ist das? Ein Hammer. Was ist denn mit einem Hammer? Was will ich denn hämmern hier? Stimmt das denn so aus? Wenn wir mal die Pistole mit jetzt. Ist nur zu verlieren. Haben wir da vielleicht Munition dafür? Das wäre nice. Wo ist die? Was brauchst die? Da. 380 Automatik. 380. Das müsste 9mm. Das ist Schrot. Das ist alles Schrot hier. 308. 7. 6. 2. Macke los. Was braucht denn die hier? 39. 39. Meine Fresse. Sag mir das keiner. Papa. Kann ich dir was fragen? Kurz. Papa. Guck mal. Da ist noch eine Tür. Ja. Wir haben noch Munition. Aber das sollte man nicht machen. Die noch nicht. Die nicht. Wir müssen jetzt weiter. Jetzt müssen wir zum. Zum. Zum Badesee. Dings. Du bist doch verkehrt Papa. Machst du. Hallo. Alter. Da ist nichts drin. So genagelt. Gut. Kann man nur auf den Balkon. Oh man. Kann man auch auf den Balkon. Das ist offen. Oh man. Kann man auch auf den Balkon. Das ist offen. Und trinken haben wir denn. Wir haben hier das. Das ist. Äh. Haben wir einmal zu trinken. Die Spaghetti. Dosen Spaghetti. Da gibt es auch ein bisschen zu trinken. Das ist geil. Ja. Sehr schön. Das müsste reichen für die Nacht. So. Und raus. Da hinten ist der Tor. Gehen wir dort hin? Gleich. Wir müssen suchen 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 suchen. Da ist schon oder was? Siehst du? Was packte? Neun Millimeter. Da. Hm? Gab aber noch die Tür. Jetzt nicht raus. Auch wieder. Zwei. Zimmers. Schade. Wollte sagen Schemkleister. Hm. Hm. Oh. Oh. Die Tür ist offen hier. Vielleicht. Was zu darfst du? Da liegt nichts. Die ist nur drauf. Können wir mal hier? Hockeyhelm. Hockeyhelm. Was ist denn mit dem Hockeyhelm? Na ich auch. Hm. 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 Na gehen wir zum Turm. Das ist dick hier. Vielleicht kriegen wir noch eine Schrotze. Da haben wir eh noch Munition. Obwohl schießen hier eigentlich nicht so sinnvoll ist. Warum hakt das immer so? Hm. Tauchen jetzt schon ein bisschen von mir auf? Oder was ist hier los? Andere Spieler? Als es dunkel wird. Deswegen. Was ist das? Die Feuerwehrstation? Ja. Dann hier rein. Und zu. Oh. Mit Werkstatt gleich. Da ist die Treppe. Ja. Warte. Hier ist offen. Gleich. Da ist der Ausgang. Mal zu. Ja. Das ist verwirrt. Die ist zugestellt. Ja. Ist hier ein Zombie hier drin? Oder was ist hier los? Die ist offen. Da. Küche und Nutsch zu essen. Jetzt. Das sind so. Duschen. Komm, wir duschen mal ne Runde Johnny. Ja. Das sind so. Oh, eine Feuerwehr-Axt. Ach, du Scheiße. Wo ist die? Oh, ja, Baby. Oh, ja, Baby. Oh. Jetzt runter. Kannst du da runter? Jetzt bloß raus. Oh, Dach. Komm, mal rein gehen. Ach, das ist eigentlich eine Türe gewesen. Ach so. Da liegt was. Da, da. Gegner? Da liegt was, habe ich gesagt. Und ich Gegner. Da kann man das gar nicht mitnehmen. Das wäre ja doof. Das ist ja gemein. Ich kann ja auch ganz runter. Wenn ich mal die Tür ist, da hätte ich noch mehr runter. Guck mal unten an. Wo kommst du her? Ich hack dir die Beine ab, du. Sau. Wo kam das Arschloch jetzt her? Das ist alles du. Du. Oh. Stürch durch die Wände. Papa. Oder hier ist noch eine Tür, was offen ist. Die haben wir zu jemand. Ja. Scheine Priester. Die ist zu. Ja. Da ist bestimmt noch eine. Papa. Hier kommen wir ja nicht drin. Können wir nicht irgendwas zu hacken oder was? Ne. Macht nur Krach. Schade, nur eine Feuerwehrachs haben wir hier gefunden. Meine Güte, das ist doch scheiße. Da jangst du hier noch irgendwo runter. Ah, nein Papa, ich habe da in die Tür gesehen, was offen war. Da waren wir draußen. Johnny. Die Viecher können klettern. Nein, die können nicht klettern. Gott sei Dank nicht. Wenn die klettern könnten, aber. Aber. Handfunkgerät. Cool. Wir machen da lieber mal die Tür zu. Aber. Nein. Oder. Oder. Bin gar nicht. Da. Geht's noch mehr hoch. Ist noch mal ein Dach. Ach nee. Hier kommt man nicht rein. Ohohoho. Kein Wunder, dass ich die Scharfschützen noch mal da oben hinhängen. Wenn wir da oben sind, boah. Da muss man vorsichtig sein, wenn wir runterrollen. Siehst du das? Die ganze Stadt im Blick. Hm. Mit Gegner sind wir. Mit Gegner sind wir. Na dunkel. Also gehen wir lieber ins Haus, Papa. Die kann man da wegschmeißen. Die in der Axt. Jetzt haben wir eine Feuerwehr Axt. Na. Absteigen. Oh. Meine Güte. Jetzt nehmen wir noch einen jetzt. Jetzt haben wir noch eine. Was? Was? Na Dings. Trappe. Sind wir mal unten hier, boah? Oh, jetzt ist dunkel, ey. Sag euch, ihr seht nichts mehr. Und deswegen müssen wir jetzt Feuer machen. Ich mach' jetzt hier Feuer. Ich seh' nichts mehr. Oh, oder müssen Tassenlampe. Na, hast du einer? Nee. Hab' eigentlich jemanden zu Leitern. Müssen wir leider sagen, die Tür zumachen. Oh, ich mach'st. Oh, ich mach'st. Ich mach'st. Hey! Papa? Papa? Was? Ich seh gar nichts mehr. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Da muss man ja stehen bleiben. Du wirst eigentlich wie lange die Nacht dauert. Papa, nach oben? Alter! Entschuldigung! Ist das beschissen. wir haben ja alle türen hier öffnet jetzt guck mal wo die tür ist wo wir draußen waren da siehst du noch weniger zeig mal weiter hier ist zu und zu ihnen die dort nicht zehn jahre hier so hell nicht dunkel grüß ist ja schon tut mir leid so sind wir draußen und nun jetzt renn wieder die türen schließen sollte papa und dann wird schon warm da muss ja eine andere öffnen ausgangstür kaum mehr täglich weiterziehen mann guck mal da runter das Fenster ist offen guck mal da kann man auch schön raus schneiden aber kannst du auch Fenster öffnen das ist doch nicht nein doch mach das Fenster kaputt hoch nimm mal runter da du Pfeife da mach das nochmal papa was rauf rauf du mal ne ausgangstür hier da mach keine ausgangstür ja ja und ich will nicht raus ja öffnen nur Papa da kommen die Zombies drin du Pfeife was ist denn dein Papa ich seh die ja nicht mann dann machst du oben auf dem Dach das wohl auch Papa ja das ist dann ein Trilling ne dann heißt es zwei Trilling weißt du boah ist es das wo haben wir eigentlich die Treppe hier 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 wo hier hier ist das dunkel ja fack die Letten an ey Oh, ey, tut mir leid, Leute, ihr seht nichts, ey, das ist ja auf YouTube dann noch, YouTube macht ja noch dunkler. Boah. 52. Na guck mal, dann machen wir Feierabend, Leute. Na, wenn die Nacht jetzt so lange dauert, YouTube macht ja noch dunkler, sind die Leute ja gleich auch nicht mehr. Sehr kind, Herr Löw, Papa, dort ja ewig, oh? Alter. Du wolltest nur alter Timo. Komm. Hib mir ne Pepsi. Hib mir ne Pepsi, du Schwein. Das ist ja dunkel wie Sau, ey, das siehst du doch nicht mal. Oh. Die Hand vor Augen, ey, echt mal. Das ist doch echt kinderhartenmäßig hier, ey. Mit steilhörter kann ich auch nicht anzünden. Kannst du dich nicht anzünden? Dann kommt was, die sehe ich auch nicht. Alter, tust du mal oben ausrüsten? Dumm. Dumm ist ja Hauptsache, wo ist denn die Axt abgeblieben? Die Feuerachse? Ja, meine Güte. Ah, da waren wir jetzt mal heile, oh? Nee, kann man nicht weitermachen, die auf YouTube sehen ja auch nicht, ich will ja halt noch was hochladen. Kann ich nicht bringen, ey. Nochmal selber wechseln will ich nicht, das ist mir zu stressig. Jetzt haben wir grad so gutes Zeug hier. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Einen schönen Sonntagabend. Haut rein und tschüss. Wird der nicht.